Hallo, ich bin Carsten bei Mettmann und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Wie gesagt, bin ich heute im Raum Mettmann unterwegs und zwar bin ich heute im Neandertal unterwegs. Ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet und ich hoffe, ihr begleitet mich ein Stück. Ja, und das kleine Flüsschen da unten, das ist die Düssel, von dem Düsseldorf den Namen hat. Bis zum nächsten Mal. Und das ist hier ein ganz toller Wald. Der scheinbar auch nicht großartig bewirtschaftet wird. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 So, jetzt haben wir den Wald verlassen. Dann geht es jetzt erstmal über die Felder wieder zurück. Ich bin ganz froh, dass heute ein ganz klein bisschen windig ist, weil in der prallen Sonne, wir haben es jetzt 12 Uhr, ist es natürlich ganz schön warm. Aber in den letzten Tagen habe ich ja oft genug Regen abbekommen. Von daher bin ich auch ganz froh, dass heute die Sonne mal wieder scheint. Ja, so schnell kann es gehen... schon. Bin ich wieder am Auto zurück. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.